Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 2. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 706 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Google Duo, Mate 30, Personal Vault, Hero 8 und Guizli. Ein bisschen Schweizer Content oder eben auch nicht. Ich beginne gleich mit Google Duo. Wusstet ihr, dass es das Teil noch gibt? Kommuniziert von euch jemand noch darüber? Wenn ja, gerne über den Kommentar, über die Kontaktmöglichkeiten, über Social Media und so weiter. Eine kurze Message, da wäre ich extrem happy, wenn mir das jemand sagen könnte. Ob er darüber kommuniziert, natürlich auch, wenn nicht. Damit das Ganze nicht in Vergessenheit gerät und auch die Jugendlichen ein bisschen auf den Zug aufspringen könnten, dachte sich zumindest Google, bringt man doch ein paar neue Effekte rein. Übrigens, Google Duo gibt schon in der Version 63 so viele Updates, wenn Google nur mal so viel Update-Kraft in Android investieren würde. Aber das ist eine andere Geschichte und jetzt gehen wir weiter mit den Neuigkeiten. Es gibt Möglichkeiten zum Hintergrund blurry machen, Sprich, dass man nicht mehr, dass nur das, was eben zählt, richtig drauf ist und nicht, wie soll ich sagen, ja, um die Umgebung verschwommen ist. Und man kann auch Bilderrahmen rummachen, Schnurrbärte ankleben und solche Dinge halt, die Google zumindest meint, die Jugend von heute haben möchte. Das Huawei Mate 30, was ja nicht in den europäischen Ländern gestartet ist und erst noch werden wird, hat anscheinend einen guten Start hingelegt in China. Zumindest, wenn man so diverse Blogposts liest auf Huawei-freundlichen Medien, schaut das aus als wäre es ein Riesenerfolg. Es gab auch anstehende Schlangen beim Store in China oder bei mehreren Stores in China. Und ja, die Zahl ist, man hat es am ersten Tag über eine Million Mal verkauft, in den ersten drei Stunden, Entschuldigung. Ja, Zahlen, die kennt man eigentlich von Apple und sind, glaube ich, noch ein bisschen grösser, oder nicht? Auf jeden Fall auch nicht schlecht, für das, dass eben keine Google-Services drauf sind. Man muss aber auch bedenken, das ist in China normal. Und somit müsste man sehen, wie das ausschaut, wenn es eben weltweit dann an den Verkauf geht. Die Kamera da drin ist zumindest mal definitiv nicht verkehrt. OneDrive, wir hatten es schon mal vor, ja, ist gar nicht so lange her, zwei, drei Monaten, hat in den Beta-Möglichkeiten und bei ersten Accounts die Personal Vault freigeschalten, also ein zusätzlicher, nochmals geschützter Bereich im OneDrive drin, der mit Two-Step-Verification geöffnet werden kann, wo man eben die noch sicheren Dateien drin verbauen kann. Ja, wie damals schon gesagt, Dinge, die wirklich wichtig sind, gehören halt nicht in die Cloud und dann halt auch nicht in so einen zusätzlichen Vault. Kann man machen, aber ist definitiv nicht für, was da geschrieben ist, Versicherungspolisen, Ausnahme, Ausweisscans und Pass etc. Die gehören woanders hin, definitiv. Zu guter Letzt, oder besser gesagt, die zweitletzte Neuigkeit von heute geht in Richtung GoPro, denn die haben wieder mal geliefert. Wie immer so einmal im Jahr kommen auch neue Hero und Hero Black Kameras auf den Markt. Dieses Mal ist eine Hero 8 Black. Die gibt es in zwei Ausführungen. Es gibt auch eine Hero 8 Black Max. Die eine ist eine ganz normale Action Cam, wie man sie kennt. Neu einfach mit einem Display, was man hochklappen kann. Vlogger sei Dank. Und mit einem viel besseren Mikrofon anscheinend. Also nicht nur die Bildqualität hat deutlich zugenommen, auch die Audioqualität soll zugenommen haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Aufnahmen. Enge Aufnahmen, lineare, die nicht verzerrt ist. Eine mit Weitwinkel und eine mit Superview. Dann ist dieses Stabilisierungsteil, was sie via Software und Hardware da integriert haben, schon im letzten Jahr in der Siebner, ist jetzt in der Version 2.0 über alle Auflösungen verfügbar. Und das Teil wird ab dem 15. Oktober ausgeliefert. GoPro, da habe ich Geburtstag. Das wäre doch was. Meldet euch. 429,99 ist zumindest der deutsche Euro-Preis, wie der Schweizer Frankenpreis ist, weiss ich nicht. Das werden wir aber entweder nachreichen in den Shownotes oder ihr schaut es euch am besten gleich selber nach. Brack.ch hat das sicherlich auch im Angebot. Die zweite, die Max-Kamera, das ist eine 360-Grad-Kamera mit zwei Linsen, eine vorne und hinten. Auch da sind bessere Audio-Möglichkeiten mit drin. Da ist der Einstiegspreis 100 Euro mehr. Und die restlichen Möglichkeiten sind so ziemlich ähnlich wie bei der Action-Kamera. Irgendwie die Videos, wir werden sie verlinken in den Shownotes, haben mich dieses Mal wirklich richtig angemacht, mal in Richtung GoPro zu schauen und das mal auszuprobieren. Ich habe ja bis auf wenige kleine und kurze Tests nie wirklich mit GoPros rumhantiert. Das wäre doch mal ein Anfang. Liebes GoPro, wie gesagt, 15. Oktober. Zu guter Letzt kommen wir ein bisschen zu Gurzli-Content. Gurzli, das ist Schweizerdeutsch für Cookies, also die Kekse. Ja, jetzt gibt es ein definitiver Bescheid vom Europäischen Gerichtshof, der bestimmt, dass diese nervigen und unglaublich unsinnigen, ne unsinnig nicht, aber halt einfach vor allem nervigen Cookie-Partner, die unten teilweise die halbe Webseite vollpflasten oder auch von oben drunter, dass die ein Muss sind, wie genau sich das verhält. Und sowieso, das lest ihr am allerbesten, wenn ihr eine Webseite habt oder einen Blog beim Rechtsanwalt Martin Steiger nach. Er hat das ganz schön beschriftet und, beschriftet, genau, er hat das ganz schön zusammengefasst. Übrigens in dem Sinne gleich noch eine kleine Eigenwerbung im Elternpodcast, elternpodcast.com, habe ich eine Interviewfolge mit dem Martin Steiger gemacht, wo er uns erklärt hat, im Rahmen der Swiss Blog Family, dem Kongress, den wir hier in der Schweiz haben für Blogger, aller Couleur und da hat er ein bisschen erzählt, eben was so wichtig ist als Webseitenbetreiber, dass man nicht mit Anwälten in Kontakt kommt, so wie man es eben nicht möchte. Und die Sendung ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, auch für Leute, die nicht einen Blog haben, sonst eine Webseite unbedingt reinhören. Link ist natürlich wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk.ch, ansonsten im Podcatcher euer Wahl, wo ihr gerade diesen Podcast hört. So, das war's jetzt von mir für den heutigen Mittwoch. Morgen am Donnerstag geht's wieder weiter, wenn ihr mögt. Euch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und ja, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektalk.